Ich hab glaub schon klargemacht, dass ich dick bin. Ich bin mittelwiegend, weil ich wirklich lüge, Body Positivity, alles cool und so. Aber du hast wirklich ein Problem mit deinem Gewecht, wenn deine Face-ID nicht mehr funktioniert. Ohne Scheiss. Das Handy ist gegen mich. Ich bin in den letzten Samstag im HB angekommen und hab in Zierich gefragt, wie lange der Mac offen hat im HB. Und dann hat sie gesagt, nein. Fressen sie laut, du Monster.